hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 mit reality auf der grünfelder land 1.4 beta nach wie vor ja wir haben über ein jahr gfl nun schon rum das war am samstag war das einjährige jubiläum der grünfelder land haben wir gar nicht so gefeiert oder ausgiebig bekannt gegeben aber das haben wir wirklich schon geschafft will er nicht abladen wenn der nicht abladen 513 euro die nehmen wir noch mit und wie gesagt kommt der rest an karotten erstmal in silo ich wollte mal noch gucken wie viel fläche er noch zu ernten hat fertig sieht so aus ach das waren größere anhänger 20.500 gut 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 nehmen wir mit nehmen wir mit vielleicht kriegt man dann doch es hin das war vielleicht können wir uns einen wald kaufen per anzahlung das man anzahlen und dann und dann sozusagen abstottern das hat jetzt keiner gesehen müsste halt mal gucken was so ein wald kostet am besten der direkt neben dem hacker das wäre optimal können wir ja vielleicht gleich mal ins grundbuch schauen was da so die für werte drin stehen das ist der jetzt hier das ist eigentlich einfach da so wir schauen was hier direkt auf der linken seite oder hier sind ja glaube ich 123 wälder oder vier wir suchen uns davon einfach den günstigsten aus Servus hallo und alles klar alles klar ich bin jetzt fertig und ich würde mich dann jetzt auf den weg machen vielen dank kein problem ist ja mein job kann ich da mal reinsetzen solange sie nichts anfingern und mich überfahren sie wissen was ich meine für was ist denn der knopf hier welcher denn war der fürs rohr einfahren und der das ist die hupe hätte ich gar nicht erkannt ist komisch ich sehe gerade nichts da ist noch einer der klappt gerade den ernteilen das mache ich doch richtig gut oder ja kann ich ja gleich mal hier also sie sind ganz vorsichtiger nehmen diese gleichen schlüssel mit ja gut dann vielen dank und bis zum nächsten mal dann haben wir noch mal 60.000 drei fast 64.000 karotten dann können wir gleich mal zu hause in den computer gucken wie sich denn nun mit den wäldern verhält dann分stehen wir gleich mal so das ist ja gut dann wir einfach mal haben dann dann ich ich Na? Ja, auch den einen Anhänger müssen wir noch holen. Und dann müssen wir auch mal gucken, was der Metzger so abgeworfen hat, also wie viel Fleisch da und Wurst produziert wurde. Ich bin ja so froh, dass es voll digital ist hier alles. Dass mir die Produktionsstände alle per Tablet geschickt werden. Die Füllstände, dass das alles digital ist. So haben wir deutlich weniger Arbeit. Aber legt mal, ich müsste jedes Mal dahin kutschieren, um zu gucken, wie viel da jetzt produziert wurde. Das wäre ja ein Modsaufwand. Das wäre ja ein Modsaufwand. Das wäre ja ein Modsaufwand. Also ich muss aber sagen, dass sich die Karottenernte schon gelohnt hat. 120.000 haben wir. Ne, warte mal, ich kann ja gleich gucken im Kontoauszug, wie viel wir wirklich verdient haben. Plus die Menge im Silo mit einem Verkaufswert von 500 Euro pro Tonne. Dann könnten wir rausfinden, wie viel jetzt uns das Fell an Ernte gebracht hat. Klar, die Frage ist noch, wie viel Fels Lohnunternehmen haben. Die waren ja jetzt schon einige Zeit beschäftigt. Das wird auch nochmal ein ordentlicher Bratzengeld sein. So, dann gucken wir doch gerade mal einen Kontoauszug rein. 145.000. Plus... Ne, warte mal, ich habe auch, glaube ich, Gerste oder so verkauft. Oder Dinkel. Ne, trotzdem. Plus 60.000 nochmal. Oh, 870. Dinkel. Gäste haben wir nicht so viel Weizen. Auch nicht. Würde ich auch nicht verkaufen. Schönen. Der Joskin bräuchte eigentlich mal einen Service. Ja, komm, wir stellen den einfach auf die zweite Spur. Heute habe ich es mit dem Rückwärtsfahnen. Nicht so optimal. Da brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Gut, dann fahre ich mal kurz an den Computer. Holzhacker. Gut, ist fast leer. Holzkohle ist voll. Und ich kann auch nichts erzeugen. Uiuiui. Metzger. 6000 Würstchen, ein bisschen Leder. Also, noch nicht so wirklich viel. Ich brauche mehr Kühe. Okay. Aber warte mal, ich sollte vielleicht noch nach dem Rest gucken. Karton sind noch ein paar drin. Paletten. Dann auch ein paar drin. Und da haben wir ja, glaube ich, noch welche auf die Seite geschoben. Papierpaletten haben wir auch. Einige. Das Sägewerk ist wahrscheinlich empty. Vier. Eine. Ne, nicht mal eine. Tö, tö, tö. Okay, gut ist, dass das Wasserwerk ausgelastet ist. Dann gucken wir mal ins Grunde Buch rein. Es sind drei Welten. Ja, klar. Die zwei Kleinen sind natürlich schon wieder verkauft. Oder in Pacht. Keine Ahnung. Hm. Gut, aber das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.